Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Telds of Zysteria. So, wir sind jetzt wieder am Start und dieser Kumpel ist weg. Ach, da ist er wieder. Hallo. Schön. Ich nehme ihn noch einmal. Zack. Ich klingt, als der sich erst bewegt. Da, wo wir vorher waren. Und das ist gereinigt. Seht ihr das? Oh, da war gerade ein Vieh. Selbst dieser Dungeon ist jetzt gereinigt. Das ist schön. So, kurz speichern und weitergehen. Dann können wir noch. So, was ich? Ja. Genau so. Wir sind endlich abgerção. Ich habe immer wieder eine Hele. Und das ist, dass ich auf der Neere entgegenste, Oh, es ist echt janghaft vrückt. Können wir überhaupt krank knärpen? Wird beim Palaz alles gut gehen? Kein Grund zu sorgen. Ich glaube, dass die Wachen gleich zurückrufen werden. Wir können erstmal einmal durchracken. So, Leute. Ich glaube, die Leute, die etwas zu sagen haben. Nein. Nur noch Redefaul. So, ähm. Da war. So, ähm. So, ähm. Das war's für heute. Das ist eine Stadt, was ich? Sie müssen so viele Menschen anwenden? Die Präsidenten haben sich nicht so viele Fragen, aber die Begründung ist normal. Es ist wahr, dass die Marlind, die sich unbegründetig sind. Ich möchte es für die Highland-Siebe sein. Ah, Alicia? Die Valtros werden alle lachen. Ich weiß, dass ich mit mir gehen. Ich habe mich nicht verletzt. Ich habe mich nicht verletzt. Ich habe mich nicht verletzt. Aber wie sieht es aus Marlindo aus? Es hat sich nicht verletzt. Das ist... Ich werde etwas tun. Ich werde etwas tun. Ich werde etwas besser machen. Ich werde auch etwas tun. So. 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 Reisen. Und nach Marlin. Also gehen. Dann. Auf geht's. Schauen wir mal wie die Brücke aussieht. So. Und das wird wieder eine Länge bereisen. Wieder mit vier Leerlauf. Also es ist schon. Ordentlich spannend wie. Der verlauf der Geschichte grad. Zu sich nimmt. Ich wusste schon vorher dass der Kanzler. Irgendwas hinterhältiges vorhatte. Sollte man sich schon denken. Hm. Also sehr unerwartet war. War die Rettung. Dieser. Ähm. Also Seengruppe. Das hat mich überrascht. Ich bin ja. 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 Hm hm. Da hat noch keiner dran gearbeitet. Und wenn wir mal die Leute befragen. Wenn der Hürde die Masergeister zählen kann. Wünsche ich. Dass auch diesen Fluss ein wenig beruhigen würde. Bei einer Suchreisenden Strömung. Würde selbst eine Katze alle ihre Leben. Bei den Versuchs aufzuhauen. Den Fluss zurückführen. Okay. Ich glaube wir wissen schon mittlerweile wieso. Ernsthaft. Was denken sie sich dabei? Wollen sie uns für immer solche stehen lassen? Ich hab gehört dass der Hürde es geschafft haben soll. Die Masergeister zu besänftigen. Aber ich nehme an dass es ein Gericht war. um Leute herzubekommen. Hallo? Hier? Wer sind wir denn? Die sagen sie werden die Brücke reparieren. Aber hier sind überhaupt keine normalen Soldaten. Sie haben die Aufgabe und sollten aufs Augenblick drückt. Ich bin niemand der über einen einträglichen Job die Nase rum ist. Aber das hier stinkt am Himmel. Söldner halt. Wenn die Strömung so reißend bleibt werden wir die Brücke unmöglich wieder aufbauen können. Sie sollen ja nicht stehen bleiben. Die Insel in der Mitte des Flusses wurde vollständig beflutet. Wenn die sinken gehen auch wir unten. Das ist gar nicht gut. Ich wüsste gar nicht wo ich anfangen sollte. Ja. Sieht sehr reißend aus der Fluss. Muss ich aber zustimmen. Ja. Hast du gehört, dass Marlent auf der anderen Seite des Flusses keine Entsession zu krank hätten würde? Ja. Dann wäre doch anscheinend gut, dass keine Brücke da ist. Dann muss auch nicht krank. So wie die da hinten. Manent hat einen Gesandten geschickt, damit sie für die Stadt kaufen soll. Aber so wie es jetzt aussieht, steckt er auf dieser Seite des Flusses fest. Wenn da drüben eine solche wütet, sind wir ohne die Brücke besser dran. Es geht um den Leuten von Manent zwar draußen, aber entweder wir oder sie. Ähm. Jetzt habe ich noch gerade von einer Sekunde hier auch noch gesagt. Warte mal. Du? Und du? Warte mal habt ihr da Zwillinge? Hey. Hey. Ihr zwei. Guck mal da rüber. Da rüber. Zwillinge. Kennst du nicht? Warte. Hm. Hm. Es könnte ein Fehler gewesen sein, diesen Auftrag anzunehmen. Es sind weit und breit auch kein Zeichen vom Hirten. Ich habe mich irgendwie drauf gefolgt, ihn zu sehen. Man merkt, dass es Zwillinge sind. Ganz ehrlich. Juhu. Hier. Hallo. Hier. Mein Gott. Die Leute. Oh. Oh. Die Leute. Sie sind auch von ihr? Ja. Sie sind 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 der Stadt von Mörlinde, der Name des Mannes, Neift. Sie sind ja. 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 Wie sein sie ist mir? Ah, gut. Oh. Der Herr Korsitz hat sich die Zufall gefehlert. Das ist ein bisschen ein Wunder. Das ist auch ein Wunder. Aber es ist sehr lang, und zwar sehr weit. Ich würde mich mit einem Schraub schicken. Soll ich. Dann... Surei? ... ... ... ... Oh, das war's. Ich bin mir nicht so, dass du auch dein Leben bist. Ich bin mir sehr gut, wenn du dich so fühlst, wenn du dich so fühlst. Ich werde auch etwas probieren, ich bin wirklich sehr, sorry. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, das ist ein schönes Mann. Das stimmt. 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 Das stimmt.